Hallo zusammen, ein kleiner Wochenrückblick, kurzer Sonntagstag. Machen wir es heute mal wieder so, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Aber legen wir mal die Pfeife weg, das stört beim Reden. Letzte Woche habe ich ein paar mal Post bekommen, dafür möchte ich mich jetzt auf diesem Wege recht herzlich bedanken, oft ist ein persönlicher Dank nicht möglich, weil einfach die Adresse vom Absender fehlt. So hat mich erreicht vom Siegfried via Amazon, der hier, Maverick, vor ein paar Monaten im Kino gesehen und gleich ausgepackt und noch mal angeschaut, klasse. Tom Cruise auf seiner 900er GPZ, auf seiner Kawasaki und die tollen Flugaufnahmen habe ich mir noch mal reingezogen. Ich sage danke Sigi, habe mich sehr gefreut. Dann habe ich noch ein Paket bekommen von Amazon, von Thomas. Der hat mir hier was geschickt, werde ich extra noch mal ein Video darüber machen, wenn ich es getestet habe, verrate ich noch nicht. Dankeschön. Der Matthias hat mir drei Senf geschickt und zwar super interessante. Ich bin ein Senfliebhaber, Düsseldorfer Löwensenf, Weißwurstsenf, ich mag eigentlich alles, jede Art von Senf. Und da ist der gekommen, der Altenburger, super scharf, da bin ich schon gespannt. Wahrscheinlich eine kleine Challenge. Dann feurig scharf, wenn man die Schärfe unterscheiden kann, werden wir sehen. Feuerwehrsenf und zu guter Letzt, der ist ein bisschen suspekt muss ich sagen, der nennt sich Trabi-Senf-Mittelscharf. Und ich nehme einmal an, der ist blau und ich schätze dann wird ein Zweitaktöl mit drin sein. Also bin ich auf den Geschmack schon gespannt. Dann habe ich in meiner Community-Funktion meine Topinambur-Ernte vorgestellt. Habe ich schon verspeist, haben super geschmeckt. Dazu hat es Fleischpflanzl gegeben oder Buletten oder Fleischkirchle, je nachdem wo man wohnt, heißen die anders und die waren hervorragend. Aber Leute, die haben Blähungen erzeugt, die waren von einer anderen Welt. Also nicht jedermanns Sache. Und auf das hin habe ich vom Norbert auch was bekommen und zwar einen Topinambur-Schnaps. Und vor dem hat er mich gewarnt, man würde ihn besser zum Einreiben hernehmen als zum trinken. Aber ich werde den mal testen und dann auch berichten, wie er schmeckt. Gibt es anscheinend seit 1907, die Destillerie. Kommt aus Frankreich, wie es scheint? Oder Belgien? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Filmchen habe ich gemacht letzte Woche über die Phantom. Das ist gut angekommen. Sieht man sie hier oben. Das Schwanz sieht man glaube ich noch. Mal kurz hoch. Da oben hängt sie. Gute Kommentare gekommen von Leuten, die daran gearbeitet haben, die sie kennen, die sie fliegen haben sehen. Dann nach wie vor Thema ist die Filmkritik von im Westen nichts Neues. Da trudeln täglich immer noch sehr lange und ausführliche und gute Kommentare ein. Lese ich natürlich alle. Auch wenn ich vielleicht nicht jeden kommentiere. Das wird einfach zu viel. Auch die hier habe ich auf. Ich muss mich erst schön machen. Ich bin noch unrasiert. Aber ich wollte zuerst den Film machen. Außerdem möchte ich heute noch Sport machen und dann mache ich das in einem Abwasch sozusagen. Kleines Wortspiel. Habe ich diese Mütze bekommen. Die möchte ich mir auch bedanken. Habe ich schon ein paar Tage länger. Sogenannter Elbsegler. Die Hanseaten werden sie kennen. Ich glaube unser alter Kanzler hat die auch immer aufgehabt. Der Helmut Schmidt. Dann habe ich letzte Woche. Habt ihr vielleicht auch gesehen, wenn ihr manchmal in die Community reinschaut, wieder was ergattert. Und zwar ein altes Bonanza-Rad mit einer tollen Geschichte. Da kommt extra noch mal ein Video dazu. Das könnte mein Lieblings Bonanza-Rad werden. Eben wegen der Geschichte. Habe es schon ein bisschen sauer gemacht. Wieder eine interessante Sache. Vor allem bin ich erstaunt, was rausgekommen ist unter dem Schmutz. Was habe ich noch gemacht? Ja, ein Short Video zum Terrence Hill. Thema der Woche. Terrence Hill hat sich einen deutschen Pass geholt. Seine Mutter war ja Deutsche. Er hat die ersten sechs Jahre seines Lebens in Deutschland verbracht. Er spricht immer noch fließend deutsch. Fand ich irgendwie lustig, dass Terrence jetzt einer von unseren deutschen Mitbürgern ist. Als ein Held meiner Jugend. Ich habe die Filme immer gerne geschaut. Bud Spencer Terrence Hill war damals das Größte. Ist auch im Kino gelaufen damals. Für zwei Mark in der Nachmittagsvorstellung am Sonntag. Jugendvorstellung. Da hat man die rauf und runter geschaut und bis heute nicht vergessen. Was gibt es noch für Neuigkeiten zu erzählen? Ja, genau. Ihr wisst ja, ich habe angefangen hier mit Pfeifenvideos schauen und selbst welche zu machen. Ich bin in der Pfeifen-Community immer noch sehr verbunden. Ich habe ja schon erzählt, da gab es damals die großen Pfeifenkanäle, die ich sehr gern geschaut habe. Das war einmal Raleigh Grufte, heute Ralfs Pfeifenkino, dann Dieter Niemann und Yogi, der Yogi Experience. Jogi Jens, habe immer gern geschaut. Der hat neben dem Thema Pfeife und Pfeifentabak auch das Thema Natur, Wandern und Fotografie gehabt und er hat viel gelesen, genau wie ich auch. Und hat immer gute Buchvorstellungen gemacht, habe mir öfters Bücher gekauft, die der Yogi empfohlen hat. Und der hat zwischenzeitlich aufgehört mit seinem YouTube-Kanal und hat eine große Pause eingelegt. Hat seinen alten Kanal gelöscht, haben viele bedauert und jetzt ist er wieder neu am Start. Seit letzter Woche oder seit zwei Wochen hat er einen neuen Kanal aufgemacht, hat seine alten Videos alle gelöscht und einen neuen Anfang gemacht. Auch wieder zum Thema Natur, Pfeife, Buchvorstellungen, so eine Sachen. Und was mir da immer besonders gefallen hat, das war seine sonore Stimme. Yogi's Stimme hätte, wenn ich hätte, würde ich Podcasts sprechen oder Hörspiele erzählen. Man kann ihm richtig gut zuhören. Also schaut mal wieder bei ihm vorbei, der wird sich bestimmt freuen, wenn neue und alte Zuschauer bei ihm dazukommen. Yogi Experience. Ja, was soll ich sonst erzählen? In der Garage wartet auch noch ein bisschen Arbeit auf mich. Ich muss noch ein bisschen was an der Katana machen. Da muss ich eine Kleinigkeit noch verbessern. Das Bonanza-Rad wird ein Thema sein. Da kommt wahrscheinlich das nächste Video zum Thema Bonanza-Rad. Die Geschichte von dem Bonanza-Rad und die Aufarbeitung ein bisschen. Das wird aber keine große Restauration, das möchte ich euch gleich sagen. Aber ich möchte nicht vorweg greifen, zu viel erzählen. Extra einen Ofen angezündet. Weil viele sagen, das beruhigt immer so schön das Knacken und Knistern von dem Ofen. Und es war auch nicht gerade warm hier unten jetzt bei mir. Schön, gefällt mir. Stimmt mich ein draußen. Es ist neblig bei uns. Es ist nasskalt, also so leichter Nebel und nasskaltisig. Nicht besonders schön. Lädt nicht zu Outdoor-Aktivitäten ein heute. Zu großartigen. Ja. Bin ich auch schon fast durch wieder mit meinem Gesabbel. Jetzt werde ich dann das Filmchen noch fertig machen. Ist ja nicht viel Arbeit. Und dann hochladen, dass ihr auch ein bisschen was zu schauen habt. Und mich aufs Mittagessen vorbereiten. Auch schon in der Röhre, auch schon vorbereitet. Und Nachmittag werde ich ein bisschen Sport machen. Weiß aber noch nicht was, ob ich einen kleinen Lauf mache. Oder ob ich mich aufs Ergo-Bike setze. Aufs Fahrrad und eine runde Dreh auf stationäre Fahrrad. Das mache ich eigentlich nicht so gern. Aber wenn es draußen nicht so toll ist, dann im Winter mache ich das ab und zu. Brille brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, was gibt es sonst noch? Bin ich auch schon durch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Gehabt euch wohl. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ciao und Servus. Ahoi. Bis zum nächsten Mal. ются